an dieser stelle sollte ein harz und video sein aber darüber wieder besser gespielt und ihr habt so viel spielfehler gemacht weil die motivation von mir für harz und leider einfach schon am ende ist ja jetzt schon elf monate harz und gespielt es hat immer wieder mal so patches geben wo einzelne karten verändert worden sind das hat auch das spielgeschehen ein bisschen verändert aber wer trading card games spielt weiß einfach dass du normalerweise so alle drei vier monate erweiterung kommen sollte mit vielen karten und das ist bis jetzt leider ausgeblieben das heißt bis zur nackstramas adventure addon quasi wird es jetzt bei mir erst mal hat und pause geben und bei mir wird man dann mehr heroes of the storm sind nackstramas ich glaube es dauert nicht mehr sonderlich lange ich glaube bei der gamescom kommt und ja bis dahin gibt es immer pause ich weiß hat dann wollen die meisten leute eher sehen aber müsst euch ein bisschen gedulden ich hoffe man sieht euch vielleicht auch bei heroes of the storm ansonsten dann eben wieder beim nackstramas idon bis bald ciao